Musik Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Ich habe euch einen neuen Outfit Glitch gezeigt. Hat mir den, das war, das war, das war, das war, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er, die Blubberblase. Ja, die Namen, die machen es hier in dem Spiel. Nein, ich habe vor Tagen einen Glitch hochgeladen, wie man die Arme unsichtbar machen kann. Und jetzt gibt es eine neue Version. Bei mir, Lurchen Nummer 1, als ersten YouTuber gezeigt, hat mir das Ganze. Der Founder ist Blubberblase. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Arme so komplett wegbekommt, wie ich das euch gerade in dem Video hier gezeigt habe. Und es ist wirklich richtig easy. Ihr geht auf Tanktops und kauft euch das blaue Tanktop. Das könnt ihr auch noch mit den anderen Tanktops probieren. Bekannt ist mir, dass es mit dem blauen Tanktop funktioniert. So, das kauft ihr dann. Habt ihr das gekauft, geht ihr zu dieser netten, schrillen Ulle hier an der Tresen. Und geht auf die Raubüberfall-Overalls. Das ist Platz 12 in der Liste. Und dann geht ihr auf den schwarzen, ähm, Ausräucherung nennt sich das hier, diese schwarze Klamotte hier. Da geht er drauf, kauft den. So, dann geht ihr in euer Interaktiv-Menü und geht in Inventar, Accessoire. Und dann nehmt ihr die, ähm, die Tücher und wählt ein Tuch aus. Welches? Scheißegal. So, habt ihr das ausgewählt? Dann geht ihr eins weiter runter auf die Handschuhe. Und bam! Wie ihr seht, fehlen dann komplett die Arme. Nur noch die Handflächen unten bleiben übrig. Und das ist ne tolle Ergänzung zu dem anderen Glitch, was ich euch gezeigt hab, wo man die Oberarme nur frei hatte. Richtig, richtig nice. Und ich zeig euch jetzt noch, dass man mit diesem Glitch sogar noch eine Sicherheitsweste dazunehmen kann. Dann find ich, sieht das Ganze richtig bombig aus. Bluberblase hat auch eine Crew. Ähm, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, die suchen noch Mitglieder. Link ist in der Videobeschreibung. Ich blende es auch nochmal eben hier ein. Da seht ihr die Crew im Ganzen. Das sind die Wolf Hunters. Wie gesagt, ich suche noch Mitglieder. Sind nette Jungs. Guckt mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. So, ihr seht jetzt hier bei mir. Sieht man die Einsatzweste nur noch. Und keine Arme mehr. Und ich find, das ist ein richtig nicer Glitch. Ich bin meines Wissens der Erste, wo ihn hochlädt. Dank Bluberblase, wo mir den Glitch gezeigt hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Ich bin raus. Euer Lüchi Nummer 1. Macht's gut. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020